Musik Für Rehan Kahn aus Katzenellenbogen ist das Ahrtal ein echter Sehnsuchtsort. Denn hier kann er richtig abschalten beim Mountainbiken den Gedanken beim Lauf lassen. Das ist eine schöne wechselhafte Strecke, wo es schön hoch und runter geht. Gerade hier zu Beginn geht es relativ steil bergauf. Sehr, sehr abwechslungsreich die Strecke. Wo sind wir jetzt genau? In Ahrbergen-Michelbach sind wir jetzt und fahren jetzt rüber Richtung Hohenstein. Wenn Rehan Kahn auf dem Ahrtalradweg rausgiebig biket, ist für ihn nicht nur philosophisch gesehen der Weg das Ziel. Auf dem Rad sitzen, sich anstrengen, dabei die Natur genießen, das entspricht genau seiner Art zu entspannen. Wovon will er abschalten? Von einem Unternehmerleben in der IT-Branche, das zwar hochinteressant, aber doch recht anstrengend ist. Tagsüber geht es nämlich konzentriert um Bits und Bats. Unser Leistungsspektrum streckt sich eigentlich über mehrere Bereiche. Das ist zum einen die Netzwerkbetreuung, Netzwerkconsulting, ist der Vorortservice für diverse Hersteller und Firmen. Und seit einigen Jahren jetzt auch im IT-Security-Bereich sowie Cloud-Services. Pokale will er auf seiner Mountainbike-Strecke nicht mehr erringen. Aber viele entspannende Momente. Die Strecke hat er übrigens durch seine Ausflüge mit dem Mountainbike entdeckt. Einfach nur erkundet, also weitestgehend mit dem Fahrrad erkundet. Einfach mal drauf los und mal in die Karte geschaut und ja, dementsprechend kennengelernt. Man trifft viele Radfahrer auf der Strecke. Ansonsten ist es recht ruhig und das ist das Angenehme. Man hat aber einfach so seine Ruhe und kann vor sich her fahren. Das ist angenehm. An sich einfach nur abschalten, mal nur ans Fahrradfahren denken und den Kopf freikriegen zum beruflichen Alltag. Viel Grün, gute Anstiege, eine Strecke ganz nach Rehankahns Geschmack. Ein echter Sehnsuchtsort eben. Sehr abwechslungsreich, sowohl sehr abwechslungsreich vom Bergauf, Bergrunter, Schotterweg, Trailrunter. Also von daher macht es einfach Spaß. Tschüss.